Wir fahren zum LKW. Ja, die Ansage. Äh, ach ja. Ja, auf geht's. Hallo Leute, ich grüße euch heute am Samstag, den 24. September. Jawohl. Ja, ich grüße euch auch heute am Samstag, den 24. September. Und ja, wir beide, der Käpt'n uns als Schiffsjunge, werden hier chauffeert zum LKW. Wir wollen wieder den LKW in Besitz nehmen. Ja. Und hier, der Aki ist auch dabei. Hallo. Genau. Und ja, wollen wir mal schauen, was das gleich so gibt. Ja, jetzt fahren wir beide. Ja, naja, wir gucken jetzt mal, da müssen wir jetzt ganz schön gucken hier. Warte mal, ist hier. Ja, was war das denn? Da hat der Schalter. Da müssen wir ja unbedingt hier die Karabin sauber machen. Unbedingt, ne? So, ich gucke in die Spiegel für dich. Wir fahren jetzt erstmal langsam umher. So, ich bin das Auto. Das Auto, meinst du mit Babsi, das ist weg. Das habe ich weggeschickt. Wir müssen erstmal sehen, dass wir hier rauskommen. Weißt du? Ja. Durch den Platz hier. Warte mal. Wir müssen da hin. Da ist die Lücke. Du kannst aber ruhig mal in den Spiegel schwenken, Hasi. So, damit dann die Zuschauer ungefähr so mal eruieren können, wo wir hinwollen. Ah, halt, 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 halt. Ich bin aus der Übung. Ich bin aus der Endlandslenkratie und immer schön gucken, 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 gucken. Siehst du da im Spiegel? Siehst du das? Kannst du das sehen? Was ich auch sehe? Warte mal, siehst du? Ja, doch, du siehst das. Du siehst unseren Anhänger, den Auflieger, ne? Das Blaue. Ja, siehst du, ne? Und dann siehst du den anderen da stehen, ja? Siehst du den, dass der da steht, der andere, der Hänger, der nichts oben drauf hat? Den siehst du auch noch, ne? Siehst du den? Ja, den siehst du. Guck mal, wir bewegen uns, der andere steht. Merkst du das? Ne? Das kannst du sehen, ne? Siehst du, so, und jetzt müssen wir Hände ans Lenkrad, Hände ans Lenkrad. Gerade, gerade, gerade. So, wir müssen rum, wir müssen rum. Rum, 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 rum. Rum, 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 rum. Das reicht, das reicht aber. Ja, so, und jetzt fahren wir nach vorne. Jetzt fahren wir nach vorne, jetzt gucken wir nach vorne. Jetzt lenken. Wir wollen darum, ne? An der Absperrung da vorbei. Hasi kann man zeigen, hier, wo die Probleme sind. Absperrung hier unten, ne? Hier auf dem Platz, weil sie den Platz gemacht haben. Wir müssen jetzt ganz, ja, sehr schön, wie du das machst, schön locker gelassen, damit er wieder gerade kommt. Und jetzt wollen wir da hin, ne? Wir wollen ja ein bisschen an Blut haben. Da ist nämlich überhaupt kein Blut drin. Da würden wir ja nicht mal bis zur Enge kommen, ne? So, entschieden. Schieben, sehr gut. Sehr gut. Dann bist du ja schon bald kein Schiffsjunge mehr. Dann bist du ja schon bald ein Leichtmatrose, ne? Ja, und danach bin ich bald ein Käpt'n. Ja, ein Vollmatrose. Also ein bisschen Käpt'n, dann dauert es noch ein bisschen. So, ne? So schnell sind wir ja nicht hier beim Käpt'n. So, wir wollen da rüber. Na, da und jetzt. So, wieder hier schön lenken. Schaf lenken. Ja, hier, ach, die Thea macht das wunderbar hier. Ich weiß nicht, ob der Thea das hier macht. So. Wo war denn AdBlue da hinten, glaube ich? Ja, ist okay. Gut. So, jetzt erst mal anhalten. Mach den Motor aus. Drück da drauf auf den silbernen Knopf. Kräftig. Kräftig. Ah, ist gut. Super. Super. Hier, pass auf mit dem Tanken, Herr Tankwart. Ja, warte mal, ist noch nicht voll. Neh mal die Kamera. Du kannst jetzt mal filmen. Komm. Film. Film. Filme. Filme, ja, was du willst. Warte. Ich mach noch ein bisschen voller. Nicht so nah. Jetzt zeigt der Käpt'n, wie man tankt. Beim LKW fahren. Ich glaube, dass ich dich ohne jemanden halbe. Aber LKW fahren ist ja schwer. LKW fahren ist fast immer schwer. Und da gibt der Kumpel. Und da sind jetzt so ein Vergnügen. Da. its ich schreibst du mal auf ein zettelchen 55 und 77 ja da musste man es doch nicht die ohren zu halten also bitte so dann zeig mal wie man da sich mit beiden händen immer festhält und da hoch steigt unser teo im laderaum so und jetzt steigen wir wieder aus und machen alles wieder retour und jetzt schön rückwärts schön vorsichtig naja so weißt du wie das geht so sehr gut ok und weil es mit leider ein schieben kriegen das auch schon mal hoch hoch und dann schieben 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 ja warte komm ich mach mal es geht schwer ich mach ja ja das ist auch nicht einfach aber okay wir können mal probieren ob du das hinkriegst so erst der dann der ja rum ja ist schön drin so und den muss jetzt anpressen und und hahaha nee komm lass mich machen gerne seite ok ja so jetzt haben wir ja die seite betankt jetzt müssen wir noch auf eine andere seite gehen ne warte mal ich kann direkt mal nach dem reifen hier gucken sieht ganz okay aus der sieht auch wie neu aus der sieht auch gut aus hier sind nagelneue reifen drauf schön zu sehen ja gut hier die sind auch gut und hier ist auch noch okay hier ist auch schön neu alles gut er schaut auch neu aus neu da muss ich wirklich sagen tippitoppi und da ist das noch mal Was kann das sein? Ich hab das gefilmt. Ich hab das gefilmt. Ich hab das gefilmt. Du hast das gefilmt, ey. Das ist ja toll. Opa kann ich in die Kabine und da drin filmen? Ja, kannst du. Achso, Theo, komm mit der Kamera an. Soll ich die Kamera abnehmen? Nein. Ach, hier. Um drin filmen. Ja, aber es ist nicht besser, wenn die Oma die Kamera abnimmt. Dann hier steigen. Theo, Theo, Theo. Vorsicht, ne? Kleiner Mann. Ein strenges Leben, gell? So als Kind. Hast du schon wieder gepupst? Nein. Erzählt euch da einen, der filmt euch. Ja und? Der filmt euch. Knallhart. Ja und? Wenn du mir mal ein bisschen Zähler gibst, dann mach ich mal hier vorne sauber. Kannst du ja alles löschen. Warte mal, mein Gesicht möchte niemand sehen. Doch. Nee, ich glaub nicht. Und hier ist der Acki. Hallo. Wir brauchen... Zeig mal die Kamera jetzt wieder her. Jetzt ist genug gefilmt. Ach. Sag mal, wurde hier auch meine Tastatur abgewischt und so? Nein. Natürlich. Nie im Leben. Ist das Schatten oder Flecken? Das ist Schatten. Das sind... Ey, hör auf, ey. Die ganze Staubkommel hier. Komm, Kamera übernehmen. Kamera läuft übrigens, ne? So, wir starten. Mach mal Motor wieder an. Käpt'n Öl-Arsch. Ho, ho, ho. Mach an. Richtig drücken. Richtig drücken. Kräftiger. Los. Okay. Noch warte. 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 So. So. Alles gut. Okay. Ach so, warte mal. Jetzt müssen wir mal auf Null stellen hier. Null. 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 Warte mal. Null. 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 So. Okay. Wir fahren rückwärts. Jetzt müssen wir aber ganz schön gucken, darf ich dir. ganz schön gucken. Null. Null. Wollte ich einfach ein bisschen in den Sitz zurückgehen, damit ich da den Spiegel auch sehe. Jetzt geht es ja schon wieder zu grenzen. Rotiere, aufgepasst. Die fahren jetzt da vorne. Was ist das blaue Auto, bitte? Klar, ich fahre mir jetzt her und wüsste noch die... Ey Opa, ist das dein alter LKW? Nee, da wollen wir gar nicht hin, bitte. Das hier, nein, das ist jetzt mal ein aktueller, man sagt auch aktueller LKW. Ja, ich guck schon nach dem Polen. Ich meinte den mit der gelben Kabine. Ja, den gibt es nicht. Er ist verkauft. Er ist verkauft. Ich muss sagen, ich hätte es ja lieber anders gemacht, aber okay. Wir machen es jetzt so, wie der Herr Doktor das gesagt hat. Jetzt knallt die Katze noch einen Meter. Hauptsache ich rammel hier. Aber der Poller ist ja schon bald weg. Ich habe Angst. Du hast schon wieder Angst. Was machst du denn Angst? In den Bauern ist doch Mist. Dann muss er dafür gerade stehen. Das ist doch unser Anhänger. Ja, muss man da vorne ziehen. Der von Opferschef. Der Opferschef muss man ein bisschen, so ein bisschen hier, ein bisschen schneller. Steht der doch noch da, ey. Kannst du ihn hier lösen, wa? Du kommst hier aber auch nicht los, wa? Von dem Laden. Du kommst hier nicht immer, außer dann bist du jetzt bestimmt durch die Kamera gelaufen. Ja, jetzt sei still, ey. Echt. Warte mal. Geh mir aus dem Spiegel, da. Warte mal. Wenn man zurück, dann... Ja, ich sehe ja den Pfosten noch. Warte, dann zieh noch mal vor. Hey, weißt du was? Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze jetzt voll. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze voll. Nee, er fährt jetzt einfach anderswo. Ach, Alter. Ach, Alter. Ach, das ist jetzt nicht gleich. Ja, das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Was ist denn los? Sagt nichts Falsches, da muss ich so viel rausschneiden. Warum du das nicht gleich gemacht hast? Ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte das von Anfang an so machen, aber er hat mir noch einen erzählt. Man lässt sich ja... Ja, lass dich doch nicht bei anderen beeinflussen. Inlandslenkrad, schneller. Los, link, 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 link. Ah ja, und gerade, 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 gerade. Gerade kommen lassen, gerade kommen lassen. Ach, Oma, du mal mit deiner Schnappatmung. Das ist ja schon süß, ne? Und jetzt zurück. Ja, ja. Und, 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 komm, lass, komm, lass, komm. Schnell, 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 schnell. Rum, 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 rum. Gut, 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 gut. Und jetzt wieder zurück. Zurück, 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 zurück. Zurück, schieben, schieben, schieben. Komm, die erschieben. Ach, Oma, wir kommen. Ach, das ist jetzt total schief. Oh, nein. Ist ja gnadenlos. Warte mal. Macht ein Vorgelei hier. Er ist raus aus der Nummer. Ich blamiere mich jetzt gerade. Ist doch schon gut. Ich blamiere mich. Was, das verlernt ihr die zwei Wochen? Ich blamiere mich. Warte mal. Das kann, ich will ihm nicht. Ich will ihm klar nicht die Fehlern machen. Ja, ja, jetzt, das geht vor. Hein, Theo? Es müsste aber einigermaßen gerade kommen. Was denn bewegt er ihn sowieso überhaupt noch mal? Weißt du, was denn das will? Oh, ja. Ich stelle ihn jetzt einfach so da rein. Es geht jetzt nicht. So was kann man los. Ich fahre so weit, dass wir die Türe hier gut aufmachen können. Ja, geil. So rausholen. Scheißegal. So. So Leute, das neue Buddelschiff aber noch nicht befestigt. Da muss ich mich dann in der Nacht von Sonntag auf Montag noch drum kümmern. Und der Theo hat jetzt auch das gleiche Schiff nochmal für sich, für zu Hause. Hast du nochmal? Achso, jetzt müssen wir für Aki noch so eine Matte schneiden. So, zeig den perfekten Ausstieg. Ich will dir mal die Kiste geben. Ja, ich komm rum. Erst muss ich sehen, wie er hier perfekt aussteigt. Sehr gut, sehr schön. So, Tür zu. Achso, nimmst du dein Schiff wieder? Ja. Ja. Okay. Ah, ist nicht so schön abge... Ah, Kettenschild gut, Aki Schild gut, alles gut. Schmutzig, gewaschen wird aber morgen noch. Alles gut. Okay, die Kabel könnte ich mal wieder ein bisschen höher hängen. Irgendwie wirkt das Kabel schon wieder so ausgelutscht. Und was ist mit Reifen? Hat irgendeiner langgezogen. Reifen sind neu hinten und vorne sind noch gut. Hier. Das. Achso. Ja, ja. Wow, 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 wow. Wow. Sag das nochmal. Captain heißt er. Ja. Weiß Bescheid? Ja. Mach mir den Klingonen. Mach den Klingonen. Auf jeden Fall, ähm, bitte längst ja trinken. Ja. Ein kleines Klingonengesicht. Das war's jetzt wieder. Oh, wie schön er das kann, ey. Er hat mir gerade den Klingonen gemacht. Und Theo, hat's dir gefallen? Ja. Und Mädels, hat's euch gefallen? Ja? Total. Total, siehst du? Total. Die Mama hat danach gekichert. Herrlich. Sie hat danach gekichert? Herrlich. Wunderbar. Aha. Okay. Da könnt ihr mal sehen. Hat's euch gut gefallen, Mädels. Vorsicht, Vorsicht hier. Wir konnten uns nichts besseres vorstellen. Ich war hier 40. Ich hätte die Politik nicht gefallen. Zeig mir die Sturmbrise. Zeig sie mir. Komm. Komm. Du musst nicht weinen. Armer Junge. Ach. Da musst du doch nicht weinen. Ich bin. Ich bin.